Ich bin Pascal Kählin und ich bin der Trainingsleiter des Ultimate Frisbee. Wie sieht so ein Trainingsablauf aus? Am Anfang haben wir ein Angebot, das wir individuell an den Fähigkeiten der einzelnen Personen schleifen. Das heisst, es ist sehr individuell und wir versuchen, jede Person weiterzubringen. So bin ich hier. Genau, jawohl. Okay, jetzt hier musst du ein wenig flotter sein. Gut, okay. Ich probiere wieder mit dem Ellbogen voraus. Genau, mit dem Ellbogen. Jetzt, wenn voll gutzig ist, dann nimmst du die Scheibe wiederum hinter den Körper. Das wollen wir eigentlich nicht die Scheibe hier rotieren, sondern wir wollen sie ja gerade abspielen. Das sein, dass du den Arm mehr streckst und sie mehr hinter den Körper nimmst. Dann kannst du hier wiederum entlang vom Körper ziehen. Probierst du das? Und dann natürlich viel spielen. Was macht dich? Was schittet? Natürlich spielen. 3, 2, 1. Dyskne. Komm vorbei. Ja, 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 ja.